Wir haben den Bäuerinnen-Laden in Doversberg besucht und mit Ingrid Kraus über die Erfolgsgeschichte gesprochen. Unsere Produkte sind wirklich aus unserer Region, sind regional und saisonal, werden da angebaut und die schätzen unsere Kunden sehr. Sie fragen auch, von wo sie herkommen und wie entsteht das ganze Produkt und so, die schätzen unsere Kunden. Die Schmanker sind Haselnüsse, vom Brot und Gepäck, da haben wir auch immer wieder ausgefallene Sachen, wie Kürbisbrot oder süße Sachen, gibt es auch einige ausgefallene Sachen mit Mohn zum Beispiel, Wassermelonen im Sommer, Jungpflanzen haben wir im Frühjahr nachher wieder, ja das werden einige. Hannover Nordberg, das ist eine der Erfolgsgeschichten, Sie als Kammerobmann kennen ja da sicher andere oder mehr so Erfolgsgeschichten, wie die Landwirtschaft gerade bei uns unterwegs ist. Erfolgsgeschichten gibt es viele, also im tierhaltenden Bereich gibt es viele Erfolgsgeschichten, es gibt sehr viele im pflanzlichen Bereich. Generell kann man sagen, dass unsere Bauern da sehr innovativ unterwegs sind und ganzes Wissen einsetzen sozusagen, um aus den Rahmenbedingungen, die jetzt wahrscheinlich sich massiv ändern, klimatische Natur, das Beste herausholen und auf einem guten Weg sind, sich der Situation anzupassen. Was sind so die Herausforderungen der Zukunft? Sie haben es kurz angesprochen, die klimatischen Bedingungen ändern sich, wie schaut da die Zukunft aus? Das eine ist natürlich das Wasser, also die Niederschläge werden weniger und auch schlechter verteilt. Die kommen meistens in eher Starkregenereignissen und natürlich der Temperaturanstieg, die veränderten Jahreszeiten, kürzere Winter, längere Sommer. Das macht den Pflanzen und uns zu schaffen. Es steigt der Schädlingsdruck, es steigt oft auch der Krankheitsdruck in den Kulturen und das wären die Herausforderungen der Zukunft sozusagen, seiner Betriebsführung danach versuchen anzupassen. Jetzt wird hier in diesem Bäuerinnenladen natürlich die Regionalität gelebt. Wie wichtig ist das oder wie kann man mit Regionalität am Weltmarkt bestehen? In Österreich und auch hier bei uns im Bezirk herrschen ja vergleichsweise kleine Strukturen. Natürlich macht es bei kleineren Strukturen zu Weltmarktpreisen ist es ganz schwierig, produktiv sozusagen zu produzieren und zu arbeiten. In der Regionalität sehen wir da eine wesentlich höhere Wertschöpfung und versuchen uns dadurch sozusagen auch zu positionieren und unseren Betrieben eine Einkommensmöglichkeit auch für die Zukunft sozusagen anbieten zu können. Und wir hoffen, dass die Gesellschaft und der Konsument auch unsere hohen Qualitäten, die wir und unsere Standards, unter denen wir produzieren, das zu schätzen wissen und auch zu regionalen Produkten greifen. Und dadurch das Überleben unserer Landwirtschaft, so wie wir sie kennen, auch zu sichern.